...Herzen geht, was bedacht ist. Das Gewissen ist der Ort, der mir sagt, was das Richtige ist. Und das Richtige, das sagen mir nicht die Anderen. Darauf muss ich letztendlich selbst kommen. Die Anderen prägen mein Gewissen, aber die Antwort auf die Frage, was ist jetzt, hier und heute das Richtige, sagt mir mein Gewissen. Und das ist nie zu ersetzen. Ich kann nie sagen, ich mache das so, weil die da oben das auch so machen oder die da unten das von mir erwarten. Nie und nimmer. Auch kein Gesetz kann mein Gewissen ersetzen. Ich muss selbst gucken, was das Richtige ist. Alles andere und alle anderen orientieren mich. Aber die Entscheidung kann nur ich selbst treffen. Und entscheidend ist, ob meine Entscheidung in dem Augenblick aus meiner Sicht die richtige ist. Selbst wenn sie sich nachher als falsch herausstellt. Alles andere ist Mitläufertum. Ich kann mich nicht doch gerne einigermat being anderesarrib lashin. Und ich kann mich auf das Richtung. Und ich kann mich auf die Augenblick auf das Richtung einer Sicht, wenn ich über die Augenblick auf mich wie wir, Vielen Dank.